Die letzte Partie, in der St. Gallen gespielt haben, haben sie alle verloren, weil es heute wieder mal wichtig ist, dass wir gewinnen können. Herzlich willkommen bei der Stadium-Flog, Iverdorf Sport gegen den FC St. Gallen. Haben Sie heute auch noch dabei? Ich soll anfangen mit Ihrem Tipp. Ich sage 2-1 und ich hoffe es klappt seit mehreren Jahren, dass wir wieder mal auswärts und Iverdorf gewinnen. Ja, der letzte Sieg, Iverdorf ist schon über 20 Jahre her. Fast so schlimm wie im Wankdorf. Darauf haben wir Iverdorf gefühlt, wie wir gespielt haben. Wir haben die letzten drei Heimspieler, die wir gespielt haben, gegen sie gewinnen. Das ist eine gute Bilanz. Vor allem sind wir hier mit dem Hoch, wo wir gegen die Züge in den letzten Tisten gewinnen können. Von daher können wir gewinnen, mein Tipp. Heute ist es 2-0 für St. Gallen. Fast gleich bei uns. Ja, sind wir mal gespannt, wenn ihr euch am Tipp. Ich freue mich, wer heute gewinnen wird. Los geht's jetzt. Auf geht's, Jungs. Wenn der Sieg ins Wochenende startet, wäre das schönste, nicht? Das ist nicht so gut. Los geht's. Los geht's! Jetzt Freistoß! Los geht's! 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 Er war einfach kein Garten-Schluss. Tschüss! Aufszeit. Kurzer Jubel. Flanke. Gibt ich einen Abstoss? Nein, ich habe keinen, der gerade. Ich bin Sankara de Oste. Und der kommt ungefährlich. Jetzt! Goal! 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 Nein, er blockt ihn. Muss man schreien? Ecke! Gar nicht. Nein, der Ball ist da drin. Es gibt einen Ballverlust. Und dann wieder einen Ballverlust, den es gibt. Und dann wieder einen Ballverlust, den es gibt. Geflogen! 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 Schön! Das war ein tolles Molto. Alter, was war das? Er war jetzt hier unter dir durch. Zum Glück aber auch. Er regnet sich auf. Er regnet sich auf. Er regnet sich auf. Schuss. Für den Schuss. Eckball. Genau, Eckball. Freistoss. Und der Kopfball kommt nicht. Der Schuss. Abseits. 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 Zum zweiten Mal. Ja! Oh nein. Sitzt es doch nicht. Wahrscheinlich ist er wieder. Ein stark von Bernhard Eschi. Jetzt schon überlegen. Nein, ich erhebe ihn wieder. Jetzt wird er guter Tippo zum Goalschiessen. Das ist eine kleine Druckphase für St. Galler. Ich bin jetzt halt Bernhard Eschi. Wo er den Goal hat. Kurz. Und er hat in Flach reingespielt. Und schlecht reingespielt. Er hat noch. Interessiert. Ziemlich, Eckball. Dummer. Wieder kurz. Witzig. Jetzt machen wir eine schlaue Witzig. Können Sie Flachen Bösen? Aber nicht gut. Ja, aber nicht gut. Schau, witzig, mach mal ein Schlaues. Jetzt zu Fambrosius. Oh, schön, ein Koloch, auch schön. Und die gibt es Eckball. Kein Faul? Okay. War wohl hart, aber fair? Jetzt machen die. Das war auch hart, aber fair. Eckball, dumme. Hoch hinein, hoch und weit. Winkt die Gefahr rein. Doch nicht. Jetzt mal den Standschuss. Nein, dumme. Versuch Nummer 2. Versuch es gerade selber, dumme. Ja, jetzt gibt es einen Konter. Oh, das ist schön. Ich muss noch Geld geben. Ich muss noch Geld geben. Ich muss schon Geld geben. Klar zurückheben. Oh, ist jetzt vor der Pause für Ivor. Hier, der kommt richtig. Schwach. Witzig. Witzig, nicht immer flach. Mal hoch. Oh, das kann ich nicht flachen. Die flachen kann man überhaupt nicht. Finde ich Kaliber gut abfangen. Witzig. 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 Ein Goal. Die Pause in Ivorthor ist aber 0-0. Das Ivorthor ist ein Goal. Von der Rassitus ist das zu wenig. Man müsste führen. Man hat viel mehr Chancen gehabt. Man hat eine bessere Chance gehabt. Auch wenn es mal ein Goal gegeben hat. Es war ja der Offside. Ja, von Ivorthor kommt wenig. Wenn es mal kommt, ist es meistens ein wenig unkontroliert. Und meistens dann, ja, vor einem Goal im Mai, es ist ein Koi. Und dann meistens auch nicht richtig grosse Chancen, wenn die Gefahr gibt, besser gesagt. Das ist ja so. Es ist bis jetzt nicht gut. Also, Chancen machen sie nicht. Zu wenig, ähm, zu viel passen vor dem Goal. Und dann, ja, drauf geöffnet. Und dann wäre es schon drin gewesen. Wir sind in Frankfurt der Hälfte. Über die erste Zeit haben wir einen Sieg. Weil man wisst ja auch noch, ich da in Basel, ich habe nicht um lange zu spielten, wo noch eins als Kaffee bekommen. Heute sieht das wohl anders aus. Hoffen wir es zumindest mal. Ich wollte noch eine geile Abendstimmung hier mitnehmen. Und die Fahrt raus, wenn es im Fremden kommt, das tut es dann wieder auf. Schön, dass in der Auschwitz nicht schief jetzt, heute den ganzen Tag. Dann sind wir heute durch Ivo-Dog gefahren. Aber eine weise und gute Entscheidung. Jetzt geht es in der Hauptmannschaft von Ihnen, für die zweite Halbzeit, zwischen dem FC Ivo-Dogs vor, dem FC St. Gallen. Und die Hälfte hat jetzt gestartet. Und noch ein bisschen die erste Agi. Vielleicht gibt es das erste Goal. Wäre wichtig. Und verdient. 1-0. Aber wohin? Es ist gleich wieder genau wie die erste Halbzeit. Jetzt laufen wir, Mimi, laufen wir. Jetzt mal gescheitere Plastik wiederbringen. 2-3-Spiel und den abgefälscht. Aha. Jetzt mal eine Quizfrage an Tanja. Ivo-Zuschauer hat es da drin heute. Was schätzt du? 7000, 6000. 6000. 6000? 4400. Schau, wie näher ist. Ja, es geht für 4000 Kanalstimmen. Wichtig, jetzt mach mal ein Schlaues. Oh, abgefälscht. Gibt Eckball. Eckball. Ich fühlte die Zerti von St. Gallen. Und der müsste hier irgendwie anbessern. Und er bringen. Und dann ist es. Aha, aufs Goal bringen. Aufs Goal bringen. Und ich will aufs Goal. Und Sigi. Jetzt tust er es faul. Mit ein wenig Platon, mit einer schlechten Idee. Jetzt kommt er. Aufs Goal. 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 Und der Ball war wieder scheisse. Aber der gibt es doch nicht. Der Ball war einfach zu scheisse. In der Hälfte. Die Fass ist aber auch stimmig. Muss halt sein. Aufs Goal. Jetzt schon. Oh, oh. Mann, nein, ich muss da irgendwer dazwischen, ich muss da irgendwer weg. Das muss ich aber zahlen. 1932 Französisch, nicht nur auf Deutsch. Schwach! 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 Aber ich glaube, ich war nur dran. Hey, mach mal, Köbels! Mach was, Schlau, Köbels! Komm, Köbels! Oh, der ist ausverzielt, der auch! In Zyberdom, mit den kleinen Platzern sind. Oh, der war schön, der war schön frei. Nächster Schuh! 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 Ein! Schuh! 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 Jetzt wird es immer viel schwieriger. Jetzt fangen die Gegner an Bunkern. Und im alten anderen haben wir Zeit, um nicht zu können, wenn die Gegner anfangen zu Bunkern, kann man keine Chancen spielen. Ich hoffe auch, dass es heute anders wird. Jetzt war schön rausgespielt. Aber da gibt es Bunkern, weil wir keine Chancen kriegen. Jetzt auch wieder unnötig, schlecht, überraschtet, keine Ahnung was ist. Keine Ahnung was leid. Aber heute darf es nicht, man darf nicht nur als Lüge, nein, darf aber nicht. 0-2 Kassierer, das wäre ein totales No-Go eigentlich. Schön. Jetzt schön ziehen. Grüne Flanke. Nein, er fischt sie wieder. Hei, das gibt es doch nicht. Der Goalie fischt sie wieder, das gibt es doch nicht. Jetzt macht der Schigi noch eine Gelle Karte. Er gibt noch dem Trainer noch eine Gelle Karte. Das ist jetzt ein Mieren. Ja, selber schuldig. Jetzt muss ich aber drauf zum Glück aber auch. Alter, für 100 Zeit Zeit kommen eine Ausgleiche, die höchstens verdient werden. Wenn ich würde, ist es nicht ein Goalschieße, dann kann ich sie auch noch eins machen. Jungs, bitte, nicht verlieren, bitte. Komm, häschel. Abstoß. Ecke. Ivo, FIvo. Und jetzt gibt es noch Gelle Karte für das Zeitspiel. Schauen wir mal runter. Ich fahre. Entschuldigung. Oh, ja. Es ist schon ein bisschen Lärm. Ich weiß, was sie hier machen. Aber wir können es einfach versuchen, weil sie führt 1-0. Willst du das machen? Jetzt tiefst er ab. Wir geben hier 1-0. Vielen Dank für das Sydney. Sie sind ja vom Fanradio auf dem FC St. Gallen. Was ist der Eindruck für das Spiel? Ja, sehr bitter. Einen langen Highweg ohne Punkte. Danach kommt ein Spiel, wo man in der ersten Halbzeit eigentlich auch die Chance hat. Wo wir unbedingt in der zweiten Halbzeit und wir haben es dort schon gesagt, es ist einfach verdammt schwierig, wenn man im Evernach kein Goal schüsst. Wenn die Chancen da sind. Genau das hat sich abgezeichnet. Das hat sich in der 72. Minute leider bestätigt. Von dem her sehr bittere Niederlage. Ist das ein Miniedruck? Oder finden Sie auch das? Wenn man gegen Gegenspiel defensiv gut starten kann, kann man gerade zu wenig Chancen rauskrieren? Ich glaube, in der zweiten Halbzeit gibt es recht. In der ersten Halbzeit hatten St. Gallen 4-5 gute Chancen. Es hat vielleicht ein wenig Brechstange gewählt, um ihn einfach mal über die Linie drücken zu können. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir zu wenig Chancen hatten. Es ist irgendwie... Genau der Plan von Iverda ist aufgegangen. Ich glaube, ich muss das auch sagen. Die spielen dann so. Die machen hinten dicht. Und irgendwann kommt dann mal ein 1-0. Und Comano hat das genau gemacht. Der Plan ist aufgegangen. Bitter für St. Gallen, der besser spielt, mit mehr Ballbesitz hat. Und am Schluss ohne Punkte hingeht. Ist es vielleicht doch in Iverda ein Fluch, den man vielleicht hat? Also ich weiss, die letzten Spiele sind vor allem über 20 Jahre her. Man konnte die letzten drei Spiele bis zu vier Spielen nicht gewinnen in Iverda. Ja. Es scheint so zu ziehen. Es gibt eine Abmachung zwischen St. Gallen und Iverda. Es hat acht Spiele gegeben, seit Iverda oben ist. Und es hat immer einen Heimsieg gegeben. In St. Gallen gewinnen wir meistens hoch. In Iverda verlieren wir meistens mit 0-1. Und das hat sich heute leider bestätigt. Und ja, wir haben ja, ich weiss gar nicht, ein halbes Jahr Zeit, um den Fluch dann vielleicht zu bezwingen. Wenn ihr kurz auf die nächste Woche schaut, ist das grosse Konferenzliesspiel gegen Brücke ist der Vorfreude bei Ihnen auch schon da? Ja, natürlich. Zum einen europäisch dabei zu sein. Also nicht nur Quali, dort ist man froh, dass man überhaupt in der Quali dabei ist. Und jetzt konnte man sich auch noch durchsetzen. Und jetzt kommen ein paar hoffentlich unvergessliche Momente. Und ich glaube, das kann man dann auch gar nicht mehr vergleichen mit einem Spiel wie hier. Oder da wird etwas ganz anderes gehen. Und ich glaube, so wie man gegen Zürich gespielt hat, kann man auch gegen Brücke spielen. Und dann kann man vielleicht sogar etwas holen dort. Danke vielmals für die Zeit. Ciao.